ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play gta 5 wir machen heute weiter wir wollte uns den film angucken das geht es hier und like seems to be stuck at home Rette deine Familie. Nimm noch zwölf Minuten. Oh, oh. Irgendwas ist gerade schief. Ich glaube, der gerade verdammt. Wie sage ich heute? Und jetzt wird er die Mutter und Tracey tönt? Er wird nichts tun, wenn ich das sagen muss. Aber du hast ihn tönt? Nein, ich habe nicht. Es war ein Vergnügen. Ich würde nie etwas tun, um dich in Gefahr zu stellen. All right, okay. Sie werden gut. Sie sind schwer. Das ist nur ein Film, oder? Er ist kein Gangster oder was. Nein, er ist kein Gangster. Er ist einfach extrem rich. Er sagt, er hat diese Verbindung. Ich bin sicher, dass es nur sprach. Es ist kein Gangster oder was ist? Ja, ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Du bist nicht angezogen. Ich gehe den Männer holen. Das ist nach Hause, du verinern. Ich bin einig. Einige haben sie drin. Die Tracey. Wir müssen da rein, Michael. Wir sind da mit unseren Männern. Ich hab den doch erwischt Ich hab den doch erwischt, den Typen, ich hab den doch, ich hab den doch glatten, ich hab den doch glatten Headshot geverpasst Nein, ich hab die voll erwischt Ich glaub, ich hab die erwischt und nicht den Scheiße Tod Diesmal hab ich ihn erwischt Oh nein, noch mehr Leute Frei das Haus von den Leuten Was hat Meriwether denn jetzt ihrer Wut? I need cover Not yet Stay put Neither do I So, ist jetzt mal gut hier oder wat? I need you to cover me, asshole Alle die Leute draußen I need to cover me, so I need to cover me, so Tja, dann machen wir es auch mal gut. Ach Gott. So. So. Eat this! What a pansy! Get out of here! Get a jobber! Get down! Duck! Drop it, prick! Putze. So, haben wir es jetzt geschafft, ey? Alter, was ging ihr ab, ey? Wer gibt die zu deiner Familie? Ich brauche meinen... Trace! Amanda! Ich denke, sie sind weg! Haben wir keine... Haben wir keine Erste-Hilfe-Kit? Ja, irgendwo... Ich hatte in der Küche Währung mal eins. Doch, da hinten. Okay. Sorry, ich will das noch holen. Schnell, ich will mir meine Energie aufladen. Boah, Alter, wie ist das... Wie sieht das auf einmal eskaliert, ja? Haha. Ich habe dich, du dick! Fuck! 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 No, es ist nicht. Was ist das? Was ist jemand da? Ich werde anfangen zu schießen! Fuck! 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 Haha, yeah, you like that, don't you, huh? Jimmy! Take it off! Get the fuck off me, man! Schön teabaggen! Yeah! Ist das nice! So, you sit on his face? It's called teabagging? I really fucked him up good, though, huh? Hey, listen, I'm gonna make a call. It's all gonna be okay. Stay put. Ziemlich heftig, so nochmal. Bestanden, der Zusammenbruch. Eigentlich wollten wir den Film gucken. Aber irgendwie ist da nichts draus geworden. They came to my house, Lester. My house! So, I asked Amanda and the kids to move out for a few days. I hate to say it, but... Perryweather isn't sure on excuses to come and kill you. Or is Devin Weston? I ain't looking for perspective, Lester. They came after my family. Oh, right, right. I don't know what to say. Does this change where you stand on the Union Depository? Hell no. We move on that right away. Before it gets any hotter. That's smart. Meet me at the strip joint. I'll get word to Frank and Trevor. Gut. Dann geht's jetzt wahrscheinlich an den letzten Raubüberfall. Oder sehe ich das falsch? So. So. Dann geht es jetzt wahrscheinlich an den nächsten Teil. Ich bin da. Na, hoffentlich. Das wird schon ziemlich zwingend. Schau, einmal landen die bei den Feier der Familie. Der will jetzt auf jeden Fall unter allen Umständen auf jeden Fall verhindern, dass der Film rauskommt. Hab ich so ein Gefühl. So. Gut. Aber das mit dem Robbefall machen wir dann im nächsten Teil.